und und jetzt kommt sie gleich umziehen heute ist das neue Sprich und zwar ein zugesagt eben der die Basti klar so jetzt werden wir erst auf den Server aber Uhr ja wir müssen aber vor allem und ach jetzt ist sehr viel auch weg der eine er haben wir erst mal den Bauern müssen ab er nicht nachher im Ausland weil ich meine dass es leicht liegt ich wenn der im Hintergrund hat noch die Medien er ist das ein er hat aber er hat er zu er kann sein um jetzt Moment, jetzt müsstest du Nein, warte Oh nicht Warte, hä? Warte Eigentlich hab ich, warte, ich teste nochmal was, warte Kann sein, weil du keine Rechte hast hier So Jetzt kannst du fliegen, oder? Guck mal Geh nochmal runter So, dann OP ich dich einfach So, jetzt musst du aber bauen, oder? Ja, jetzt Ja, das ist noch ein Fehler von uns, aber da muss ich noch aus dem Stellen Gut, wie viel halt was du? Ja, ich kann ja jetzt einfach bauen, jetzt mal zwei Ich baue eine Werkbank schon mal Dann muss ich uns nicht denken, wo sie bauen? Hier auf dem Berg Ja, warte Die ich finde auf dem Berg besser Weil dann würde ich nämlich Ähm, sag mal, also auf dem Berg Also ich sag, für auf dem Berg bin ich da jetzt Warte, folgst du mir? Ich bin gerade Ach genau, und der Server ist noch, ist es ein kostenloser Server von Server für Perot Ja, du kommst näher, ja, 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 da hinten bin ich Ja, ja, genau Du warte, ich baue den Baum gerade ab Ob ich mir gerade anrufe, ob ich kann nicht, ich gehe dich ran, weil der kann nicht mehr aufbauen Und da wäre ich jetzt ganz schön ungünstig, wenn ihr bei mir jetzt sowas hört, das ist ein Angebot, dann... Ja, ja So, da kommen wir mit auf dem Berg erstmal Würde ich sagen, warum... Ja, bringen Setzlinge mit Wartow Setzlinge am besten Ja, gut, du suchst uns schon mal Ja, ich würde sagen, wir bauen hier direkt obendrauf, weil ich fühle... Wie ich schon gesagt, wir haben die Welt noch gar nicht gespielt, also haben wir jetzt gespielt... Und die Welt haben bisher noch nicht gespielt, das ist jetzt eine ganz neue Landwelt Und zwar, diese Welt ist geplant, denn sie kann ich euch nachvollziehen, dass... Okay, denn davon, dass ich es rumgelaufen bin Ich mach mal eben die Tore immer ein bisschen, äh, ja, leiser Oh, hier noch ein Baum Mach mal eben so auf 50% So, äh, hast du Setzlinge? Äh, nein Hol die mal lieber, wir brauchen Baum Setzlinge Weil ich will nämlich nicht immer runterrennen müssen Für'n Baum Warte, ich renne schon mal hinter einem hinterher So Und... Und... In dem Projekt Wollen... Wollen wir jetzt nicht um den Cheaten Ich habe zwar, äh, kann ich euch gleich mal zeigen, nur hin auf Items drin So, ich hab nur hin auf Items zwar drin Aber will ich jetzt eigentlich nur für Rezept und sowas benutzen Weil ich hab keinen Bock auf Cheating Außer eine Sache, damit ihr auch seht Und... Ich muss gleich mal in Skorbot noch einstellen Ich hab schon mal zwei Setzlinge für die Weißen Bäume, also für die Krolls So, zwei Setzlinge für die Weißen Bäume, also für die Krolls Jo, ähm... Gut, ich will sagen, machen wir hier oben, aber das müssen sie gerade, wenn wir hier drauf bauen Ich glaube, der Weck ist groß genug, aber da mach ich mal schnell Skorbot okay weil sie mich gar nicht mehr schreien Öl... so So Weiß Ach wasse Oh, was... Oh, was... Oh, was... hat und bis dahin oben ich denke ich mach mal in seinem Zeitraum Tore so was er hat sich wohl an und gleich steht was über meinen Kopf um es ist es nicht wir kommen bei den Co einer Tabliste und die Lohnungen an ich so jetzt kann man über meinen Kopf direkt er und und er ist wichtig ist wenn ich dich jetzt umbringen es wird unter allen Tod stehen so erbaust du hier schon mal ein bisschen gerade an ja komm er einer Seite sie ist das an der Seite schon er hat nur von dir ja von dir steht bei mir zwar auch machen dann gleich um und was soll ich noch mal machen genau scoreboard teams ich hab meine Werbung zu ziehen jetzt ich würde sagen wie nennen wir uns um Team Grün im Moment Räder in den Start und dann nennen wir uns die Mädchen sie einfach so neues Team haben wir dann also nicht wundern dass es jetzt recht ist interessant aber das wollte ich mal eben machen und in der Zeit wo ihr das baut und ja Römer Teams Kassel unter mir mit Abbaunschungen die Städte die so jetzt muss ich und ich mache gleich noch eine Farbe rein jetzt sind wir schon mal in einem Team und dann kriegst du gleich auch noch eine Farbe das macht mich nicht mehr schnell zu holen er hat eine Hälfte die Tümer sie ja ich wollte um am liebsten ihr grünen neben dem grünen st ein die Katzlecher Seite sehen was er 3 ja was ich noch mal in der Tag noch jetzt nicht ich hab gesagt geschehen nicht dann schiebt mir nicht ich glaube schon aber das machte man das darf ich ja mal eben ausmachen machen dann gleich ein jeder teams an der reich der ordentliche ich eben gemacht ist sie und jetzt was genau das nächste schuld bei ich muss man halt vor und schien halt vor auch nicht so er kann man was das war ich habe schon der Grafik Bugs drin in einem Ort ich weiß nicht warum ich glaube ich werde es sich nicht umbringt also ich muss unbedingt reden ja ich will aber uns nicht unbedingt so gemacht ich will ein zwischen ich komme Grafik Bugs da kann ich nichts für es liegt irgendwie an einem der Mots so ich mache jetzt nö nö ich wollte einst das Holz so warte ich hol uns mal eben Steine ich würde sagen ich brauche mich mal eben hier unten ach da unten ist sogar ein Wasserloch schon ja hier ist noch Kohle würde ich nur noch an mehr ja noch nicht noch nix holen ich will noch nix ich gehe nicht extra und wollen wir bauen das Ding nicht hier auch noch ein so geht es und ich mache mal eben eine kurze Pause dann kommen gleich wieder geht weiter so weiter geht's nicht gut wundern wir sind immer auch auf einen anderen Teamspeak gegangen damit wir nicht von anderen genervt werden und im Hintergrund ist noch der Termino 3D dreht ein er ist auch der TS und ja und so kann man sein st er hat er wird draco es war das Leben er hat er schreitze eine IT-Need Schreibung ich kann nicht erweitern kommt er ist auch ein schweigen ganz nahm für zwei jetzt kann ja ich bin mittlerweile gestorben war er das ist es so gut auch seine sachen wieder er hat gut und ich habe das nicht geschehen das ist für mich das wichtigste Verschiede sind das unterstehen kommt ich probiere mal kurz was ausdrücken wir können es machen und bei dir ist ein Name Prozent für zwei Ebenpark hier Prozent wenn er zurück und er solltet mit der Waffen gemacht der Weichmann schreckt gemacht eine Woche gleich mit dem Nachhinein mit Zerr in der Schamann-Ausbildung Elm aus Steinbitte aus Stein und Holz wir haben Prozent also die Schatten das die hat in der Nervenziege okay um was die st um da unten ist eine Höhle mit Wasser komm mal mit ich zeigte dir die Eben kommt zu hier ja wie eine Stadt ich sehe dich so und einfach hier unten da hier unten hier unten das Wasser da kannst du dann gleich direkt die Sachen holen so so wie ich jetzt um Steine da kannst du Steine in Ruhr fahren ich wollte hier den Berg erst mal so haben wie der ist dann machen wir nachher sind und da unten wird dann wahrscheinlich auch eine Minie hinbekommen so ich bin und ich wundere im Hintergrund wird der Terminoratenversagen einfach einstellen deswegen kommen da auch immer Meldungen von ein Teamspieler ich bin er wunderschnitt wo okay das sind wir wollen auch auf dem Spielplatz oder ich warte was für Spiele wie du mir gerade gefeiert hast nein Alter hast du doch gerne gesichert in einer Aufnahme ich bin hier in meinem Timmerschnitt na geh jetzt da da dann zieh sie an und deine Jacke solltest du anziehen habe ich dir gesagt erst die Jacke anziehen das hast du nicht gemacht dann rennt sie zu Marcel Alter 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 okay das ist nicht peinlich das ist alles in der Aufnahme ja ich baue nicht nur an ich baue hier unten schon mal ein bisschen Erde ab damit sich den Boden machen kann ich zeige dir gleich wie ich das Haus haben wollte okay ähm könntest du schon mal ein bisschen Holzfarben geben äh ich kann es mal mit stein helfen nee ich zeige dir so entweder Stein oder Holzfarben Alter ist das peinlich ja geh so du weißt jetzt wo ich hab ein bisschen zum Boden gerade machen schon mal so was gut und ich meine ich hab schon mal zwei Setzlinge ab in der Baustelle ähm da unten wo das Wasser ist da kannst du schon mal ein bisschen Stein abbauen wieder auch hatte sich jetzt gemütet mein Kuchen nein achso war das sein Bruder ja ich hab schon gedacht er war schon da kann es nicht sein wo hoch ich hab mir schon gedacht hat hat sich Boah Alter und ich musste so aufpassen aufpassen ich mich nicht zu sagen also ich mich zusammenreißen und schlacklach das das und ich bin mir auch so auf das man hat das alles ach und um das noch hier Basti ja bitte nutzt Prozent zum Prozent der Kürzen machen erst mal jetzt lange wir bauen nur das weiße Holz ok warum das weiße aber eigentlich Prozent Prozent weil ich jeden Tag gleich erst mal ein also die ich will nicht aus Eichmann zu Haus bauen Prozent Prozent mit der Anerkennung der Stadt oder ich guck mal eben wie lange die Aufnahme schon geht denn ich sage machen wir hier schon mal Katz glaube ich oder ne wir machen die Folge müssen länger sagen wir dreißig Minuten oder wie lange sollen die machen 20 Prozent ne egal erst mal sagen wir erst mal noch so sieben Minuten aber nicht länger würde ich sagen weil ja weil sonst gehen die Folgen nach und jetzt lang und das wird dann auch langweilig wenn man da jetzt sagen wir so fünf Stunden als Beispiel dann nur die irgendwie hier rumpümmelt und uns dann abbaut das wird auch irgendwann langweilig weil die Minuten dann ist es in 10 Minuten lang ich wundere ich werde sie nachher ein paar Mods drauf machen und dann also die Tree Capilator damit wir ein bisschen schneller Bäume abbauen können aber ich würde nicht sagen machen wir jetzt mal weiter ja du willst du dich schießen? Tree Capilator ist eine Schiene des Mods Mods sind erlaubt ja Mods damit sich der Baum schneller abbaut ich meine gucken wir brauchen ja selbst Dinge ach so dass man einfach unten klar abbauen und dann alles abgeht genau ja also aber ich ich hab den ständig drin ach und für die die sich wissen zocken die 1.8 sieht man auch bei mir oben in der Ecke also hier bei mir nein du kannst ja auch mal auf die so ich habe keine Ahnung wie ich habe ich schon mal hier kann ich dir nachher erklären kommt auch noch als Tutorial wahrscheinlich ich würde sagen vier Setzlinge reichen erstmal ja noch zwei äh Eichenholz ja Eichenholz ja Eichenholz hört man meine Mutter gerade auch im Hintergrund das ist ein bisschen der das ist ein bisschen peinlich gell das ist ein bisschen peinlich gell also die erste Folge wird dir erstmal gefahren ja so ähm hier also bitte nur weißes Holz für Equipment zu nutzen weil das andere Holz wollte ich erstmal für das Haus bauen benutzen ich brauche mich jetzt mal eben für die Erde was ich habe ja ja du kannst du auch mitbringen gleich er hat ein Steck und dann noch 30 und Steine hab ich 60 ja das sollte erstmal für ein Haus reichen äh ich überlege gerade also hier auf der Höhe bauen wir dann direkt oder warte ich guck mal wie wir sind so ja 92 das ist noch gut das geht eigentlich von Höhe woran sieht man äh die Höhe ungefähr bei äh ich hab ne Karte drin wie da an sich das aber du kannst auch unter F3 gucken ja guck ich ja aber ja da musst du gucken bei bei XYZ Doppelpunkt steht er ja und da ist dann die zweite Koordinate in 90 ähm ich sehe da CEP 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 also ja nein XM YZ steht direkt unter Multiplayer Chunks Kentsch 8 hier ähm ich würde sagen Chunk 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 ich überlege gerade RR Chunk ich überlege gerade ey wir können ja so ein Haus hier direkt am Abhangen bauen das wir hier so dann das schön feste wir haben dazu runter ne ich würde sagen warte hier so weit ab hier würde ich sagen bau fangen wir an hier äh gib mal Steine dann zeig ich dir wie ich immer bau so gibt nur mal 50 Statt äh ja oder so er gibt ja noch welche zu kraften so 1 2 3 4 5 und dann bau ich bau meistens immer so schließe und dann halt hier ein bisschen höher so und weißt was wir hier machen müssen damit das besser aussieht entweder wir wollen bis zum ganzen Boden oder ist hier direkt ordentlich boah ich weiß nicht was du bauen willst hier soll das Haus hin ich erklär dir gleich ja aber ich meine ja weil du äh das ganze an einer blöden Ecke und hier oben ist ja ganz flach ja warte das hier ist ja nur ein bisschen vom hier das ist noch vom Boden vom Keller ist also ab hier ist ja ab hier fängt der erste Boden an hier kommt der Boden direkt dran schließt ach so hier wird sein Keller machen oder ja von wem ist das Server von mir der ist aber immer noch kostenlos weil ich noch kein gut gekauften habe im Moment ja der nächsten Monat wo ich mir ein so 1 2 3 ja und dann müssen wir euch dann einen Server an ja warum ne die Welt kann man nur noch runterziehen ach so du willst ach ich glaube ich fang ein Projekt an wo ich weiß dass ich irgendwie noch zwei Wochen also nicht mal mehr zwei Wochen das Projekt dann gehen wird hier ungefähr so soll es dann aussehen das ist mit dem Fenster und das hat man nicht geht immer 5 block so schuldig guckt 2 runter ich will es nicht wissen genau 1 ich habe es nicht ich habe es nicht ich bin so ich bin was er kann ich nicht ein wofür er hat er nicht kann er nicht um hier und kann sich das neue holen hier ich habe ich vor allem das ist er er hat ich kann ihr das ist cool so also hier direkt hier drauf kommt dann der Boden also hier die erste Reihe dann Stichsel und Boden will ich nämlich nach auch dieses Holz haben was ich hier benutze also Eichenholz deswegen sag ich erst mal das nicht für wir geben jetzt sollten sie für Equipment nutzen also für so Sachen wie Stöcker und so wirkenholz habe ich das hier noch aufgerufen ja egal hast du eigentlich für Texturepacks? äh grad noch gar keins drin weil ich das gleich erst reinmachen muss hier wäre ich gleich so runterfallen wahrscheinlich ne ich hab also grad hab ich das ganz normale 2 drin aber sonst hab ich immer das eigenerstelltes drin boah das ganze normale, ich glaub ich das sicher ihr seht's auch ich hol mir auch mal ein paar Steine aber ich guck noch mal kurz auf die Zeit ja ich würde sagen jetzt machen wir so lange noch einen Cut für diese Folge wenn euch diese Folge gefallen hat lasst ein Like da vergesst nicht zu abonnieren und dann müssen wir sagen bis zum nächsten Part Ciao Warte Ciao Ciao